Du möchtest persönlich oder geschäftlich erfolgreicher werden, dann hast du sicherlich schon von der Methode Modeling of Excellence gehört, eine Möglichkeit von dem Besten zu lernen. Aber es gibt da einen ganz großen Fehler und auf den möchte ich dich heute vorbereiten, dass du diesen Fehler nicht machen musst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Grupp-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr begleiten wir hunderte Menschen dabei, durch wichtige Phasen in ihrem geschäftlichen Leben zu gehen. Und häufig ist es so, dass gerade wenn sie eine neue Fähigkeit entwickeln wollen oder eine weitere Schwelle in ihrem Leben überschreiten wollen, dass sie sich Vorbilder suchen, mit denen sie sich vergleichen. Und häufig machen sie einen Fehler, der die gesamte Motivation kostet. Und das zeige ich dir jetzt kurz warum. Modeling of Excellence bedeutet nichts anderes, als andere zu beobachten oder sie direkt zu befragen und von ihnen zu lernen, um das, was die schon gelernt haben, selbst bei sich zu installieren. Und wenn du das übertragen jetzt auf diese Metapher mit Flugzeugen betrachtest, dann möchtest du vielleicht dein Flugzeug auch in die Luft bringen. Und es macht vielleicht auch Sinn, dass du dir Gedanken machst, wie Unternehmer, Persönlichkeiten, wie Geschäftsmodelle aufgebaut sind, die hier oben am Himmel schon in 10.000 Meter Höhe fliehen. Das heißt, wenn dein Flugzeug noch am Boden steht, das heißt, du baust alles zusammen, dein Geschäftsmodell, das Unternehmen wird zusammengebaut, der Plan entwickelt, die Ziele festgelegt, dann macht es sicherlich Sinn, dass du von anderen lernst, die schon in der Luft sind. Oder dass du die befragst, die schon dein Flugzeug in die Luft gebracht haben. Aber um deine Motivation aufrecht zu halten, ist immer ganz wichtig, dich daran zu erinnern, dass diese Unternehmen auch die Steigphasen hier in der Phase 2, aber auch die Konstruktionsphasen in der Phase 1 hinter sich haben. Und dass, wenn du dich vergleichen willst, du das nur mit denen machst, die auch gerade in deiner Phase sind. Lerne aber auch von den Modellen, die vielleicht es nicht direkt geschafft haben, in die Höhe zu kommen. Lerne auch von den Modellen, die vielleicht auch Niederlagen hinter sich gebracht haben. Lerne von den Fehlern von anderen, dass du die nicht wiederholen musst. Zusammengefasst kriegst du Informationen und Know-how natürlich von denen, die es schon geschafft haben. Aber deine Motivation, das Vergleichen, das führe bitte nur durch mit Unternehmern, die zeitgleich gestartet sind oder in ähnlichen Voraussetzungen sind, damit du nicht der Demotivation unterlegst, weil du die falsche Vorstellung hast. Andere sind viel schneller und viel weiter als du, obwohl die bereits vor 5, 10 oder 20 Jahren angefangen haben. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dein Flugzeug zusammenzubauen, den Kursplan aufzurichten und während du dann in der Steig, in der wichtigsten Phase hier bist, auch ein Controlling mit einzubauen, dass du genau weißt, ob du auf der richtigen Spur, auf der richtigen Richtung unterwegs bist und ob du Chancen hast, dein Ziel zu erreichen oder noch Hilfe brauchst, externe Ressourcen, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann hast du die Möglichkeit, auf über 40 Beratern zurückzugreifen, die überwiegend auch finanziert sind, die zertifiziert sind. Sprich, du kriegst einen Zuschuss von 50 bis 100 Prozent für die Beratung. Deshalb lade ich dich ein, jetzt einen Daumen hoch für diesen Film zu geben, den Kanal zu abonnieren, gerne uns weiterhin zu empfehlen und mach gerne Gebrauch von dem kostenlosen Erstgespräch. Dort kannst du alle Fragen stellen und wir helfen dir gerne weiter. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100 Prozent. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dein Daniel Schäfer.